Ganzer deckt auf, warum wir den Medien nicht trauen sollten. Also ARD und ZDF berichten eigentlich das, was die Regierung sagt, okay. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt Ganzer deckt auf, warum wir den Medien nicht trauen sollten. So, wir gehen da jetzt rein. Daumen nach oben, Kommentarchen schreiben, Kanal abonnieren. Ich liebe euch. Los geht der Peter. Peter, ihr den Mann hat da. Und los. Also ARD und ZDF berichten eigentlich das, was die Regierung sagt. Die Regierung sagt, ihr sollt impfen, dann berichten ARD und ZDF, Impfen ist eine tolle Idee. Die Regierung sagt, wir wollen Panzer liefern in die Ukraine, dann berichten ARD und ZDF, das ist eine tolle Idee. Und sie lassen abweichende Stimmen, die sagen, nein, man sollte nicht impfen oder nein, man sollte keine Panzer liefern oder nein, die Bundeswehr sollte nicht nach Afghanistan geschickt werden. Die hat ja 20 Jahre in Afghanistan gekämpft. Man sollte das nicht tun. Diese Stimmen hört man nicht. Facts, das sind Facts. Das ist einfach genau so. Und damals, als Medien mal etabliert wurden, sollten Medien eigentlich dafür da sein, gerade die politischen Entscheidungen und die Leute, die für uns Entscheidungen treffen, kritisch zu hinterfragen und dem Volk zu berichten, sodass das Volk sich kritisch mit den Themen auseinandersetzen kann, sich seine eigene Meinung bilden kann und dann im Endeffekt dann irgendwann wählen gehen kann und sagen kann, ey, da stimme ich nicht zu, ich will eine andere Regierung haben. Wenn die Medien im Einklang mit der Politik sind und mit der Regierung sind, dann haben Medien eigentlich gar keinen Wert mehr. Das ist dann nur noch reine Propaganda für den Staat. Und das ist das, was wir immer über Russland oder China oder irgendwie die Russen-Propaganda, bla, bla, bla. Das ist das, was unsere Medien dann über die sagen, obwohl die selbst eigentlich eine reine Propagandamaschine sind. Es fällt natürlich jetzt immer mehr auf. Und dann denken sie, ja okay, ist ja in Ordnung, dass man irgendwie zehnmal den Leuten Raum gibt, die sagen, man soll impfen. Aber dann vielleicht beim elften oder beim zwölften Mal könnten noch zwei auftreten, die sagen, Impfung ist die falsche Idee. Facts. Also, dass man immer noch die Gewichtung so macht, dass halt irgendwie die Impfbefürworter mehr Raum bekommen als die Impfgegner. Aber es war ja so, dass nur die Impfbefürworter gesprochen haben. Diejenigen, die gesagt haben, man soll nicht impfen, also ein Suchergebar. Die wurden bekämpft, die wurden hart an den Pranger gestellt, die wurden teilweise verklagt wegen Volksverhetzung, gecancelt, Kanäle gelöscht und so. Ich war da mit dabei. Die hat ein Wolfgang Bodak, die wurden erstens nicht gesendet auf ARD und ZDF und wenn sie auf YouTube aufgetreten sind, dann hat man einen YouTube-Kanal gelöscht. Das heißt, wir haben in der Informationsstruktur eine Asymmetrie. Es wird einfach die Regierungsposition nachgebeten. Oder nach den Terroransteigen vom 11. September 2001 ist eben die Bundeswehr nach Afghanistan. Und man hat das nicht kritisch reflektiert, sondern man hat einfach, die Regierungsposition war, das ist eine tolle Idee, und dann hat halt der Spiegel auch geschrieben, das ist eine tolle Idee, und die FAZ und die Süddeutsche Zeitung, ja, alle geschrieben haben, das war eine tolle Idee. Nach 20 Jahren kommen die zurück, das war keine tolle Idee im Rückblick. Oder jetzt auch die Impfung. Das Krasse ist, die haben ja auch jetzt alle noch verlängerte Erben so von irgendwelchen YouTube-Kanälen und irgendwelchen Leuten im Mainstream, die einfach immer das wiedergeben, was gerade die Mainstream-Nachrichten auch gerade sagen. Also immer das sagen, was auf der sicheren Seite ist, was richtig ist. Das, was die Regierung vorgibt quasi. So haben die halt auch noch ganz viele andere so Handlanger gefunden im Internet, die einfach genau das kopieren, was die Regierung sagt, was die Öffentlich-Rechtlichen sagen, was die Medien sagen und dann das an die Kinder noch weiter verbreiten und an die Leute, die YouTube schauen und so, weißt du. Und da ist es auch so, dass alle anderen Meinungen unterdrückt werden, gebannt werden. Und ich habe mir gestern einen Talk reingezogen von dem CEO von Rumble und der hat auch gesagt, dass es in Zukunft noch schlimmer wird mit diesem Shadowbanning. Wenn AI da auch mit rein involviert wird und diese künstliche Intelligenz dann quasi das so machen kann, dass du nicht mal wirklich richtig merkst, was unterdrückt wird und was nicht. Also das wird noch viel extremer werden und noch viel mehr Shadow als es bis jetzt war, weil jetzt hast du es gemerkt, wenn du einen Shadowban hattest. Irgendwann wird es so sein, dass du es nicht mal mehr richtig merkst und dann sind auch diese ganzen sozialen Medien kontrolliert und gesteuert. Deswegen ist es so wichtig, dass es so Plattformen wie Rumble gibt und X und so, wo du halt einfach noch sagen kannst, was du denkst, ohne dafür gecancelt zu werden. Weil wenn es diese Alternativen jetzt nicht geben würde, dann wäre irgendwann alles nur noch Propaganda und jeder Einzelne, der ein bisschen eine andere Meinung hat, wird sofort gebannt, gecancelt und diese ganzen Sachen. Was ja passiert ist in der Pandemiezeit und das sollte uns zeigen, ey, wir müssen auch alternative Plattformen konsumieren. Deswegen, also ich glaube, wenn ich englischen Content starte, werde ich auf jeden Fall auch mit Rumble aktiv starten. Hat man gesagt, ja, das schützt vor Ansteckung oder es hilft zu verhindern, dass man das Virus weitergibt? Ja, jetzt weiß man, nein, beides falsch. Und jetzt das Dritte mit dem Panzerlieferung ist wieder, die Regierung sagt, Panzerlieferung ist eine tolle Idee. Und ich sage auch, das darf ja auch ARD und Süddeutsche Zeitung so schreiben, aber sie sollten dann an einem anderen Moment, sollten sie die Gegenstimmen TikTok soll jetzt gelöscht, also verboten in den USA werden. Die einzige Alternative, die die haben, ist es an die USA zu verkaufen. Ja, ich weiß, dass die, die haben auch ein Angebot rausgehauen, fünf Männer und da ist auch der CEO von Rumble mit dabei. Die haben ein Angebot raus, der will dieses Webhosting machen und Cloud Service und so für das neue amerikanische TikTok dann quasi so. Das ist crazy. Und das passiert nicht. Und das, was du jetzt fragst, ist ja, wie kommen wir aus der Nummer raus? Wir müssen wieder Wege finden, die Berichterstattung zu öffnen, dass man auch andere Stimmen hört. Aber das ist nicht ganz einfach, weil wer sich geträgt hat. Das sind meiner Meinung nach die alternativen Plattformen so. Weißt du, es müssen Plattformen aufgebaut werden, wo du noch deine Meinung frei äußern kannst, ohne Angst zu haben. Das muss es geben, das ist die einzige Alternative, weil ich glaube nicht, dass diese ganzen großen Unternehmen, Google, Meta und diese ganzen Leute quasi nochmal sagen, ja, jetzt ist Freedom of Speech bei uns wieder erlaubt. Das wird nicht gehen. Und ich glaube, in den Fernsehmedien so, da sowieso nicht. Hat etwas zu sagen, zum Beispiel Sarah Wagenknecht, hat sich geäußert. Er hat gesagt, wir sollten keine Panzer liefern oder wir sollten jetzt Friedensverhandlungen stellen. Wird sofort diffamiert. Oder ich werde auch diffamiert. Oder Gabriele Kone-Schmalz oder Harald Kujat. Es gibt schon ein paar. Oder Oskar Lafontaine. Also wer sich getraut, etwas zu sagen, wird sofort diffamiert. Und da haben wir ein Problem in Deutschland. Die Gesprächskultur ist nicht, sage ich mal, auf dem Niveau, wo sie sein sollte. Und der zweite Punkt, den ich wirklich allen mitgeben möchte, ist, dass sie auch verstehen, dass der Mensch eigentlich ein gutes Wesen ist. Weil das hängt ja von dem Menschenbild ab. Wie sieht man denn die anderen Menschen? Und natürlich gibt es Vergewaltigung, natürlich gibt es Enthauptungen, natürlich gibt es Hinrichtungen, es gibt Todesstrafe, es gibt den elektrischen Stuhl, etc. Es gibt Drohnenmorde, und so weiter. Wir müssen nicht darüber sprechen, dass es keine Probleme gibt. Natürlich gibt es Probleme. Aber es ist eine Minderheit, die das tut. Die große Mehrheit tut das nicht. Facts. Schau in deinem Freundeskreis und die wenigsten werden sagen, jetzt will ich noch jemanden enthalten. Und das ist wirklich, das machen die meisten Menschen nicht. Das ist eine ganz kleine... Im Ursprung sind wir eigentlich gut. Und wenn wir den Fokus wieder auf das Gute legen würden, dann würden wir das auch merken, dass der Großteil der Menschen ein gutes Herz hat, eine gute Seele hat und eigentlich gut ist. Weißt du? Das muss man auch realisieren, weil wenn man sich nur auf diese negativen Geschichten konzentriert und auf die Menschen, die Schlechtes tun und sich nur darauf fokussiert, dann ist deine eigene Welt auch sehr negativ und schlecht. Dann siehst du nur das. Also ich muss ja auch gucken, was Gutes läuft auf der Welt. Und da läuft einiges gut. Es gibt echt gute, stabile Menschen mit gutem Herzen, auch in der Öffentlichkeit, die versuchen, andere aufzuklären, anderen Menschen zu helfen, irgendwie was Gutes zu tun. Und das ist eine wichtige Sache, die darf man nicht unterschätzen. Die gibt es, diese Menschen. Weißt du? Die gibt es, diese Menschen. Und wir müssen dafür sorgen, dass es mehr werden. So, es gibt auch viele Menschen, die einfach gerade gar nicht wissen, was sie tun oder auf welcher Seite sie sind. Viele Menschen wollen auch einfach nur, viele Menschen wollen geführt werden. Und die werden halt von den falschen Leuten geführt. Von den falschen Sachen geführt. Wenn die von den richtigen Menschen geführt werden würden, wären die auch gut. Aber die sind so ein bisschen lost. Die wissen gar nicht, dass die geführt werden von irgendwelchen Menschen, die nichts Gutes im Sinne haben. So, weißt du? Und ja, deswegen, es muss wieder gute Lieder geben mit gutem Herzen, die versuchen, was Gutes zu bewegen. Und da hat die in die Gewalt verfällt. Und dort muss man das auch relativieren und sagen, okay, diese kleine Gruppe, das ist nicht nach einer Nation irgendwie definiert, sondern die gibt es in ganz verschiedenen Orten. die haben natürlich psychische Probleme und die müssen eigentlich in Therapie, aber die wollen nicht. Aber diese Gewaltgruppe darf nicht das ganze Bild der Welt erzeugen. Das ist auch die komischen Wokies im Internet, die da so krass Welle schieben und so laut sind. Und ich bin auch überzeugt davon, dass diese ganze LGBTQ-Entwicklung und dass Kinder sich da ihre Penisse abschneiden und was auch immer so. Also ich bin überzeugt davon, dass ein Großteil der Menschen das kritisch sieht eigentlich. Weißt du? Aber die sind halt nicht so laut wie die Leute, die das fordern. Die schreien ja da rum auf den Straßen und in den Videos und so und die sind halt auf Social Media extrem laut, aber ich glaube, im echten Leben ist immer noch ein Großteil relativ normal eigentlich. Wenn man zu viele Medien, also zu viel Tagesschau schaut, dann hat man ein sehr, sehr negatives Bild, weil die Tagesschau natürlich jeden Flugzeugabsturz bringt und jedes Problem und alles richtig hochkocht und während Corona, und das möchte ich natürlich auch sagen, hat man gesagt, ja, die Kinder bringen die Großeltern um und solche Geschichten. Das ist einfach nicht die Wahrheit. Das heißt, nochmal zusammengefasst, zuerst den Blick auf die Welt, die Schönheit der Welt sehen und sonst die Welt erkunden. Reisen, dann sieht man... Reisen, wichtig. Dann muss man sagen, wie toll, dass ich hier sein kann. Kann man auch mit kleinem Budget machen, also es ist nicht notwendig, dass man... Bester Mann, Digga, gut gesagt. Ja, sehr, sehr viel Geld hat, um die Welt zu sehen und das Zweite ist tatsächlich, das Gute im Menschen zu sehen, in jedem Menschen zu sehen und zu denken, ah, wie viele Menschen haben mir schon geholfen auf meinem Weg, ja, und das sind ja immer wieder Menschen, die man trifft. Und wenn man diese, diese zwei Grundprinzipien befolgt, dann kann man mit Freude die ganze Sache angehen. Der ist positiver Mensch, ich mag den echt. Den gibt's natürlich auch, aber es gibt viel Grund zur Freude. Bester Mann, Digga, ich schwöre's dir. Ganz I didn't, man, Alter. Solange es solche Leute noch im deutschsprachigen Raum gibt, gebe ich die Hoffnung nicht auf, meine lieben Freunde, ja. Ich schwöre's dir. Liebe geht raus an die Community. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Bis dahin. Peace out. 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 Peace out.